Ja hallo, hier ist wieder die Andrea Sauvigny. Es ist heute wieder Infozeit und ich wollte mit dem Thema Vitalstoffe weitermachen. Wir waren ja da bei den Immunsystemen stehen geblieben und hatten uns da unterhalten, dass mehr oder weniger die Vitalstoffe ganz wichtig sind. Das seht ihr hier auch die Vitamine, die Mineralien, die Aminosäuren und auch die Bakterien im Darm. Und dass die ganz viel von dem Immunsystem ausmachen, was im Körper, dem Dach entspricht. Und da hatten wir beim letzten Mal gesagt, du bist, was du isst. Und heute wollte ich speziell über das Vitamin D euch etwas sagen. Und da ist dann die Frage, kann man dazu genug essen? Jetzt kann man vielleicht erst mal sagen, das Immunsystem und das Vitamin D. Das Vitamin D als solches gibt es gar nicht. Es ist im Grunde auch falsch charakterisiert. Es ist ein Vorläuferhormon und es ist die Stoffe, die aus der Vitamin D, dem sogenannten entwickelt werden, sind allesamt hormonähnliche Substanzen im Körper. Also es handelt sich hierbei um ein ganzes Bündel verschiedenster Substanzen. Und interessant ist, die Ausgangssubstanz ist Cholesterin. Da hatten wir auch schon mal und hatte ich uns schon mal Informationen gegeben, dass das Cholesterin zu Unrecht verteufelt wird, dass das eine ganz, ganz wichtige Substanz bei uns im Körper ist, ohne die wir sofort sterben würden. Und wenn Reparaturmechanismen im Körper laufen, ist immer das Cholesterin mitbeteiligt. Und das Cholesterin ist eben Ausgangssubstanz für ganz viele Steroidhormone. Ja, jede Zwischenstufe, die da gebildet wird aus dem Cholesterin, hat ein eigenes Wirtsspektrum. Und die Endstufe dieser ganzen Reihe der Vitamin Ds ist dann das Hormon Calcitriol in der Niere, mit dem dann das Calcium, also die Calciumrezeptoren oder die Tunnelproteine aktiviert werden, die im Darm dann aus dem Darminhalt das Calcium ins Blut herüberlassen. Ja, hier ist mal so ein ganz grober Überblick. Also es gibt das Vitamin D3, das heißt Kohle Calciferol. Und das Kohle kommt also von dem Cholesterin. Das Calcium spricht ja für sich. Und Ferrum ist immer das Tragen. Also das ist das Vitamin D3, das das Calcium sozusagen trägt nachher in die Zellen. Das wirkt also an der Zelle direkt und an der Zellmembran dann ermöglicht, dass das Calcium aus dem Blut in die Zelle kann. Die Zirkulation im Blut ist dann nachher, wenn dann in der Leber auch dieses Kohle Calciferol, also das Vitamin D3 umgewandelt wird, eine zusätzliche OH-Gruppe bekommt. Und dann hätten wir das 25-Hydroxy-Vitamin D3 oder das heißt dann Calcidiol. Und letztendlich in der Niere hätten wir dann das Vitamin D-Hormon, das wäre dann das Calcidriol. Da wird es dann nochmal umgewandelt mit einer OH-Gruppe mehr. Und jetzt habe ich hier mal ein tolles Schaubild von der Quelle www.sonnenexperten.de. Das ist eine tolle Webseite, die da viele Tipps gibt. Umgewandelt, abgewandelt mit vielen zusätzlichen Informationen. Hier seht ihr also das D-Hydrocholesterol als Vitamin D so genannt, ist also dann schon ein Abkömmling des Cholesterols oder Cholesterins. Und das wird aktiviert in der Haut durch die UVB-Strahlung der Sonne. Und zwar kommt 90 Prozent dieses Vitamin D3, das da daraus entsteht, durch die Aktivierung mit den UVB-Strahlen in der Haut. Und nur 10 Prozent sind überhaupt durch die Nahrung aufzunehmen. Das heißt also, in dem Fall, man kann eigentlich gar nicht genug Vitamin D3 essen. Wir brauchen es im Grunde gebildet in der Haut. Und dafür müssen wir in die Sonne. Da kommt aber gleich noch mehr dazu. Ja, das Vitamin D3, also das Cholicalciferol, hat so eine Halbwertszeit von 24 Stunden. Da baut sich es ab. Das Gute ist, es wird in der Leber auch gespeichert. Und in den Fettzellen der Leber und auch in Fettzellen vom Körper. Auch im Unterhautfettgewebe wird es gespeichert. Und in der Leber wird es dann umgewandelt innerhalb von 24 Stunden dann in das Cholicalciferol. Dieses hat dann wieder eine Halbwertszeit von drei Wochen. Da ist es hauptsächlich aktiv an den Darmzellen, in den Immunzellen, an den Prostatazellen und an Brustzellen, wo es dann aktiv wird. Und das Cholicalcidiol wird dann in der Niere durch Enzyme wieder umgewandelt in das Hormon Cholicalciferol, also das Vitamin D, also 2-Hydroxy-Vitamin D3. Und das hält nur wenige Stunden. Und dieses Hormon bewirkt dann, dass mehr Calcium aus dem Speisebrei aufgenommen wird, hatte ich euch ja ganz am Anfang schon gesagt. Und ist damit ganz entscheidend für die Muskel- und Knochengesundheit. Da sind aber auch noch andere Komponenten dazu notwendig. Also das Vitamin D3 alleine reicht da nicht aus. Aber da wird dann zu den Wirkzusammenhängen im nächsten Video noch einiges gesagt werden. Ja, insgesamt reguliert also dieses Cholicalciferol, also dieses Hormon, das Zellwachstum und ist daher ganz wichtig für die Krebsprävention und kann da sehr hilfreich sein. Das, was in der Niere oder das Cholicalcidiol ist dann für die Regulation der Immunfunktion ganz wichtig, kann zur Prävention von Diabetes Typ 1 ganz hilfreich sein. Oder auch bei MS ist es auf jeden Fall sehr wertvoll, darüber nachzudenken, ob man nicht da substituiert. Und das Vitamin D3 selber wäre also die Regulation des Blutdrucks und eine Insulinproduktion, die angeregt wird. Und an den einzelnen Zellen eben auch, dass das Calcium in die Zelle auch hinein kann. Ja, also viele, viele verschiedene Bereiche, wo das angreift und ein sehr komplexes System. Also wenn man dann Vitamin D hört, da verbirgt sich also so ein ganzes Sammelsurium dahinter. Hier ist noch mal ein anderes Bild von einer anderen Webseite, die auch sehr wertvolle Informationen gibt. Da steckt ein Dr. Schweighart dahinter. Das ist das www.vitamin-d.net oder .net. Und da ist es auch noch mal ganz schön gezeigt, dass das UV-Licht ganz entscheidend ist und das UV-B, was so viel Wärmestrahlung auch ausmacht, dass dieses Vorläufer Dehydrocholesterol umgewandelt wird in das aktive Vitamin D3, das Cholecalciferol und letztendlich dann in der Leber das Calcidiol entsteht. Und da seht ihr auch diesen Pfeil hier rüber direkt zu den Zellen hin, dass das Vitamin D3 dann schon an den Zellen direkt eine Wirkung entfaltet, haben wir ja gerade schon gesagt. Also drei Stufen, Haut, Leber und Niere. Das heißt, es gibt drei Stufen, an denen Herausforderungen entstehen können. Das erste ist die Haut. Das heißt, ich bin nicht genügend in der Sonne oder verwende viel zu viel Sonnenschutzmittel. Da kommt aber nachher später noch was dazu. Die zweite Stufe, ich habe Schwierigkeiten mit der Leber oder dem Stoffwechsel in der Leber. Da haben wir ja ein ganz tolles Analysesystem im Hintergrund, dass dann auch genau solche Leberstörungen oder Vitaminmängel dann auch aufzeigen kann. Und eben auch die Problematik in der Niere. Wenn ich Niereninsuffizienz habe oder schon Nierenproblematiken bekannt sind, dann wird da auch mal gezielt nachgeguckt, sollte mal gezielt nachgeguckt werden, was da im Grunde mit dem Vitamin D3, mit dem Vitamin D-Hormon dann so los ist. Ja, das Vitamin D kommt in Lebensmitteln vor. Und da gibt es zwei Formen. Es gibt ein Vitamin D2. Das kommt zum Beispiel in Avocado und in Pilzen vor. Und das Vitamin D3 kommt in tierischen Produkten vor. Also Hering, Lachs, Leber, Ei, Käse, Butter. Da wäre vermehrt von dem Vitamin D3 drin. D2 kann im Körper in D3 umgewandelt werden. Also man kann, das ist durchaus hilfreich. Aber insgesamt spielen die Lebensmittel nur eine ganz kleine Rolle. Also hatten wir vorher ganz am Anfang ja auch gezeigt, das sind gerade mal die 10 Prozent. 90 Prozent werden durch die Sonnenstrahlen auf der Haut gebildet. Also Lebensmittel mit dem höchsten Vitamin D-Gehalt sind die fetten Seefische. Und da muss man halt im Hinterkopf behalten, dass genau diese fetten Seefische in der Regel dann sehr viele Giftstoffe auch kumuliert haben, angehäuft haben. Also zu viel Fisch essen ist problematisch. Ich habe da eine Analyse gesehen von jemandem, der eine Woche auf Mallorca war und dort hauptsächlich Frischfisch gegessen hat, also frisch vor Ort gefangen. Vor Reisebeginn eine Analyse gemacht. Keine Schwermetallbelastung und nach Reiseanalyse Ergebnis extrem hohe Blei- und Silberbelastung. Also das war sehr schockierend zu sehen, dass das doch so durchschlägt da mittlerweile. Sodass man nicht mehr wirklich sagen kann, Fischkonsum ist gut. Das muss man wirklich überprüfen, wo kommen die Fische her und wie sind die belastet. Ja, der größte Anteil, haben wir schon gesagt, ist eben die Sonne, die 90 Prozent ausmacht. Mit anderen Worten, ist es unrealistisch, den Vitamin D-Bedarf über Lebensmittel decken zu wollen. Also in dem Fall gilt es nicht, du bist, was du isst, sondern raus in die Sonne und der Aufenthalt im Freien ohne Sonnenschutzmittel ganz entscheidend. Und da sehe ich in der Schule Erstaunliches, dass wenn ich mit den Schülerinnen auf den Sportplatz gehe, ziehen drei Viertel Sonnenschutzfaktor 30 und mehr raus in der Meinung, dass das ganz toll wäre. Und da fange ich erst mal an, aufzuklären, weil die meisten Sonnenschutzmittel auch eine Chemiebombe der Sonderbüte sind. Und das müsste wirklich deutlicher informiert werden, dass das der Schuss nach hinten losgeht. Also Sonne rettet Leben. So kann man das auch sagen. Ohne Sonne können wir nicht und auch nicht wirklich funktionieren. Die US-Forscher haben errechnet, dass durch eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung etwa 10 Prozent aller Todesfälle zum Beispiel durch Krebs vermieden werden könnten. Das ist sehr eine spannende Aussage. Und nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts entspreche dies etwa 21.000 vermeidbarer Krebstoder in Deutschland im Jahr. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Hätte, hätte. Es sind Hochrechnungen aus der Statistik und für jeden Einzelnen kann das natürlich sich dann auch wieder anders darstellen. Aber auf jeden Fall ist es mal sehr ein Impuls darüber nachzudenken, doch über die eigene Vitamin-D-Versorgung sich Gedanken zu machen und vielleicht mal etwas mehr in die Sonne zu gehen. Die Zahl der Sterbefälle bei Hautkrebs sind 3000 ungefähr pro Jahr und die sind seit 1970 in etwa unverändert. Und in den letzten Jahren sind die Zahl tendenziell. Das heißt also, wenn man so in der Presse glaubt, was da so gesagt wird, dann ist ja doch die hauptsächliche Grund, warum wir uns so enorm einschmieren mit den Sonnenschutzmitteln, so nach dem Motto aufpassen mit der UV-Strahlung auf der Haut. Diese Angst vor Hautkrebs, die da geschürt worden ist oder immer noch geschürt wird. Und diese 3000 pro Jahr, wenn mal verglichen mit den 21.000, das ist schon auch ein Verhältnis, über das man dann ganz gezielt mal nachdenken kann. Ja, der Anteil der durch UV-Strahlen tatsächlich ausgelösten Krankheiten ist aber noch gar nicht ermittelt oder ist nicht zu ermitteln, liegt vermutlich noch etwas niedriger und eine eindeutige Zuordnung zu so einer Hautkrebs- also Melanom-Entstehung zur UV-Bestrahlung ist bisher überhaupt noch nicht gelungen. Da werden also Wirkketten dargestellt, die so wissenschaftlich noch gar nicht nachweisbar sind. Also vermutlich liegt es deutlich unter 30 Prozent und diese Angaben mit den entsprechenden Literaturangaben findet ihr also auch auf der Webseite sonnenexperten.de sehr ausführlich. Es ist eine tolle Webseite, die ich sehr empfehlen kann. Also Fazit daraus müsste eigentlich heißen, Sonnenschutzmittel so wenig wie möglich oder besser, Aufenthalt im Schatten und notfalls eben Textilien als Sonnenschutz. Also wenn ich mit meinem Kindchen an der See bin, dann hat es halt dann Hütchen auf und ein langärmliches T-Shirtchen an und kann mit dem dann auch in aller Ruhe im Wasser spielen. Ja, UV-A oder UV-B, was ist besser? Die UV-A-Strahlung ist etwa 90 bis 98 Prozent der UV-Strahlung und die ist wesentlich energiereicher als die UV-B-Strahlung. Die dringt viel tiefer in die Haut ein und die birgt die meisten gesundheitlichen Risiken damit, weil sie eben in den tiefen Hautschichten auch Probleme machen kann. Meistens entstehen dabei Radikale und wenn diese Radikale abgefangen werden können, durch Antioxidantien von innen oder auch von außen. Also ich habe dann immer eine Lotion, die den Wirkstoff MSM enthält, da werden wir auch noch mal was drüber erzählen und den Wirkstoff OPC, da wird auch zu der Antioxidantienkette noch mal deutlich was kommen. Ein bisschen was hatte ich ja da schon mal erzählt in einem Video. Das mische ich zusammen, habe das in einer Lotion drin und das ist im Grunde dann ein moderater Sonnenschutz. Und von innen die Antioxidantien genommen, ist der Sonnenschutz dann eh schon da. Und ich habe früher immer Sonnenallergie gehabt, schlimmster Art und da habe ich nichts mehr dergleichen davon und ich bekomme auch wenig Sonnenbrand. Ich meine, wenn ich mich natürlich wie ein Grillhähnchen über Stunden in die Sonne lege, habe ich den auch. Aber wenn ich moderat, also 20, 30 Minuten in der Sonne bin, dann merke ich da nichts. Ja, die UVB-Strahlung hat eben wie die 2 bis 10 Prozent dieser UV-Strahlung und verursacht hauptsächlich die Sonnenbrände und fördert die Vitamin-B-Produktion. Also hier ist noch mal so ein Vergleich. Diese Tabelle kommt aus der Webseite Vitamin D.net. Also eine tolle Webseite. Wenn ihr da mehr wissen wollt, dann schaut da mal rein. Ja, also dieser Vergleich. UVA macht keine Bräunung und hält auch nur, also macht eine direkte Bräunung und hält aber nur Stunden an. Und eine nachhaltige, lange Bräunung, die bekomme ich im Grunde nur mit der UVB-Strahlung. Und die Pigmentierung wird auch nur durch die UVB-Strahlung ausgelöst und gibt dann eben einen nachhaltigen Hautschutz. Ja, Vitamin-B-D-Produktion nur durch das UVB-Sonnenband, auch nur durch das UVB-Hautalterung, nur durch das UVA wegen der freien Radikale. Und dieses Risiko für schwarzen Hautkrebs eben hauptsächlich durch die UVA-Strahlung. Weißen Hautkrebs könnte es mehr durch das UVB geben. Ja, wie viel Sonne ist nötig? Also der Aufenthalt in der Sonne. Da geht es hauptsächlich um die Mittagssonne, die da aktiv besonders stark wirkt. Also von 11 bis 15 Uhr. Wenn ich also mich besonne von 10 bis 11 oder von 15 bis 17 Uhr, dann verdoppeln sich in der Regel die benötigten Zeiten. Sonniges Wetter ist vorausgesetzt, also keine Wolken am Himmel. Und liegend, also wenn ich stehe, gehe oder laufe, dann verdoppeln sich auch die Zeiten. Und in kurzer Bekleidung, das heißt die Arme und die Beine frei, sodass diese Haut dann die Exposition daneben hat. Ohne Sonnenschutzmittel, das ist dann eben auch. Und dann kann man noch sagen, je dünkler der Hauttyp, desto länger ist die notwendige Zeit, in der man liegt. Und dann kann man auch sagen, noch je älter und je übergewichtiger jemand ist, desto länger sollte der auch in der Sonne sich dann aufhalten. Weil im Alter von 70 nur noch ungefähr 25 Prozent der Bildungskapazität von Vitamin D überhaupt da ist. Das heißt auch, dass ältere Menschen sehr, sehr viel häufiger mit einem Vitamin D-Mangel zu tun haben. Haben wir hier nochmal die Sache, wie viel Sonne ist jetzt dann tatsächlich nötig? Also immer unter diesen Voraussetzungen. Täglich brauchen wir, also ungefähr, also das Minimum, was wir brauchen, sind 2000 Einheiten. Und die, also die brauchen wir, um eben einen Mangel zu vermeiden. Und wenn wir einen optimalen Blutspiegel haben wollen, dann müssen wir die Zeiten also verdoppeln. Und hier ist also die minimale Versorgung. Wenn ich so einen Hauttyp 1 habe, also blasse Haut und rote Haare, dann muss ich mich im Grunde von April bis September 10 bis 20 Minuten täglich in der Sonne aufhalten, um diese tägliche ausreichende Dosierung zu haben. Und der Hauttyp 5 bis 6, das wären dunkle bis schwarze Haut und schwarze Haare, die sind dann im April bis Mai bei 40 bis 60 Minuten, im Juni bis August 30 bis 40 Minuten und im September 40 bis 60 Minuten. Und alle anderen Hauttypen 2 bis 4, die liegen da so dazwischen. Also ihr seht täglich relativ viel Zeit, wie die Haut da in die Sonne kommen muss. Und was sehr, sehr spannend ist, was ich in der Schule beobachte, früher hatten wir so die Erkältungswellen im Januar und Februar. Und das ist eigentlich auch klar, wenn wir sehen, von Oktober bis März haben wir gar nicht genügend Sonne. Da ist es eigentlich völlig egal, ob wir in der Sonne sitzen oder nicht. Wir kriegen kein Vitamin D. Und dann laufen die Speicher leer, die in der Leber sind und in den Fettzellen. Und infolgedessen geht das Immunsystem im Keller. Da muss man einen Schluck trinken. Und das Immunsystem, das dann in den Keller geht, das hat dann zur Folge, dass eben solche Grippe oder Erkältungswellen dann durchgehen. Und heute haben wir diese erste Erkältungswelle schon direkt nach Schulbeginn. Die Kinder, die sich den ganzen Sommer über mit DICK Sonnenschutzmittel eingeschrieben haben, die haben dann auch über den Sommer schon keine ausreichende Vitamin-D-Speicherung. Und das Immunsystem hängt da schon im Keller. Und ich beobachte jetzt in den 35 Jahren, wo ich Lehrerin bin, in schockierendem Ausmaß, in welchem Zustand die Kinder zunehmend sind. Also infektanfällig ohne Ende. Und zwar schon im August oder im September nach Ende der Sommerferien. Und das sollte wirklich zu denken geben. Da kann man ganz einfach was dagegen machen. Sonnenschutzmittel weglassen, dosiert in die Sonne und ansonsten eben im Schatten aufhalten. Ja, es gibt eine vollständige Tabelle dazu auch. www.vitamin-d.net Das ist eine sehr interessante Studie, diese DEWIT-Studie. Die zeigt eigentlich, wenn wir zusammenfassen, da wurden Menschen aller Regionen in Deutschland untersucht. Wie sieht es aus mit dem Kohlecalcidiol? Also diese Entwicklungsstufe in der Leber von dem Vitamin D. Und da sieht man, also alles, was da so rot-lila ist, ist Mangel. Vom schweren hin zum deutlichen und leichten Mangel. Da haben wir die überwiegende Menge und gerade mal 10% der Menschen sind ausreichend versorgt. Also schockierende Zahlen. Schockierend deswegen, weil wenn man sich damit beschäftigt und in der Literatur nachliest, was gibt es denn für Mangelsymptome? Da habt ihr ja vielleicht jetzt schon eine Idee von dem, was ich vorher schon gesagt habe. Also das Calcitriol in der Niere bewirkt die Calciumresorption im Darm. Also Folge, wenn das fehlt, Osteoporose, Hautprobleme und Muskelschwäche. Das Vitamin D3 und seine Vorstufen haben dann wieder verschiedenen Einfluss, zum Beispiel auf die Genexpression. Also das wäre dann die Epigenetik. Und da gibt es im Körper eigene Antibiotika sozusagen, also Abwehrstoffe wie das Kathelizidin. Und dieses Kathelizidin, wenn das fehlt, dann ist eben auch die Infektanfälligkeit wesentlich erhöht. Außerdem diese Einwirkung auf das Immunsystem und die Kommunikation zwischen den Immunzellen. Und von daher hängt also so ein Mangel dann auch mit Autoimmunerkrankungen zusammen, wie zum Beispiel MS, Diabetes 1, Rheuma, Fibromyalgie, Immunergie, die da zu nennen sind und eben auch Krebs. Und dann hätten wir noch diese Wichtigkeit für die Nervenzellen und das Gehirn. Und da ist auch ein ganz starker Zusammenhang mit Depression, das heißt ja auch das Sonnenschein-Vitamin, also nicht nur, weil es in der Sonne gebildet wird, sondern eben auch, weil innerlich die Sonne aufgeht. Und Parkinson, Demenz und Schizophrenie können damit auch zusammenhängen. Einfluss auf den Blutdruck, ein erhöhtes Risiko also für Herz- und Kreislauferkrankungen und eben auch noch ein Einfluss auf die Bildung und Wirkung von Insulin an den Zellen und demnach auch dann ein erhöhtes Diabetes 2-Risiko. Also eine schockierend breite Wirkpalette. Muss man aber natürlich dazu sagen, es ist nicht ein Muss, dass das kommt, wenn ein Vitamin-D-Mangel ist. Es ist nur eine sehr erhöhte Wahrscheinlichkeit. Und natürlich soll das keine Gesundheitsaussage sein, dass wenn ich das Vitamin D in hohem Maße nehme, dass ich damit dann mit diesen Krankheiten nichts mehr zu tun habe, wenn ich damit schon konfrontiert bin. Aber es ist eine Möglichkeit, da mal etwas in die Tiefe hineinzugucken. Ich werde auch im nächsten Video nochmal ganz deutlich was dazu sagen, auf welche Wirkzusammenhänge man da achten muss, weil es ist nicht damit getan, nur Vitamin D zu nehmen. Das kann sogar richtiggehend gefährlich sein. Ganz besonders in den hohen Dosen. Da gibt es ja ein Medikament, was dann auch verschrieben wird, das dann 20.000 Einheiten am Tag bietet. Das kann richtig Probleme machen. Also da Vorsicht und dann, bevor er darüber nachdenkt, was er da machen wollte, vielleicht dann noch. Das Video, das kommende dann abwarten. Ja, hier gibt es so eine ganz nette Sache. Diese Treppe der Vitamin D-Erkenntnisse. Also das Erste wäre diese Behauptung, es gibt keinen Vitamin D-Mangel. Da seid ihr jetzt ja schon etwas mehr informiert. Also über die Hälfte der Bevölkerung ist von einem Mangel betroffen. Ihr habt gesehen, eigentlich fast 90 Prozent. Unsere Nahrung enthält fast kein Vitamin D. Also ihr habt gehört, Vitamin D2 und D3 ist drin. Aber nur ungefähr 10 Prozent. Und 90 Prozent müssen wir selbst herstellen im Körper. Also von daher ist das eigentlich auch kein Vitamin, kein Vitalstoff, sondern das können wir selbst herstellen. Immer vorausgesetzt, wir sind ausreichend in der Sonne. Ja, die Kraft der Sonne reicht bei uns nur für circa sechs Monate zur Vitamin D-Bildung aus. So. Sonnenschutzmittel verhindern die Bildung. Dann entscheidend ist der Vitamin D-Spiegel im Blut. Also nicht das, was ich nehme. Also nicht über Dosierungen nachdenken, sondern gucken, was sagt der Körper, wie viel kommt denn tatsächlich an. Weil nicht alles, was ich dann geschluckt habe, geht auch tatsächlich durch den Darm durch. Und da, wie gesagt, ist so ein Analysegerät, was ich da habe von Vital Tuning Gold wert, dass ich da auch wirklich gucken kann, nicht nur den Vitamin D-Spiegel im Blut, sondern auch in den Zellen. Ja, 400 Einheiten pro Tag, die da kommuniziert werden, reichen absolut nicht aus. Ihr habt gehört, heute 2000 Einheiten am Tag brauchen wir. Bei Mangel können kurzfristig bis zu 300.000 Einheiten notwendig sein. Das war eine Zahl, die mir begegnet ist, halte ich für sehr, sehr hoch. Für kurzfristige Maßnahmen auf jeden Fall. Aber das ist eine Sache, die gehört unbedingt in ärztliche Hand. Weil da gehören dann die Wirkzusammenhänge beachtet. Die Erhaltungsdosis ist 3000 Einheiten am Tag. Habt ihr auch gehört? Die Krebsgefahr sinkt auf dem Drittel. Die Immunerkrankungen bleiben aus oder werden abgeschwächt. Herzschwäche geht zurück und die Alterung verlangsamt sich. Die Sterblichkeit in Deutschland könnte damit eine flächendeckende gute Versorgung wert durchaus bis zu 5% zurückgehen. Das Robert-Koch-Institut spricht ja da auch von 10%. Und jetzt ist die Frage, bis wohin bist du denn schon gelangt? Also denkt mal drüber nach. Ja, das war also das Video für heute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende mit ganz viel Sonne. Geht mal raus, ohne Sonnenschutzmittel. Und wenn ihr merkt, dass es anfängt zu kribbeln auf der Haut, raus aus der direkten Sonne rein in den Schatten. Es ist so oder so so, dass die Bäunung wesentlich nachhaltiger ist, wenn man im Schatten sich bäunt und nicht wie ein Brathähnchen in der Sonne sich wendet. Ja, für alle die, die schon in den Sommerurlaub unterwegs sind, ist das vielleicht eine wertvolle Information. Und nächste Woche kommt die Folgeinformation, auf welche Wirkzusammenhänge man achten sollte. Ja, diese Wirkketten. Wie gesagt, ein wunderschönes Wochenende. Und bis nächste Woche. Tschüss.